Willkommen zurück zu Resident Evil Operation Recon City. Ja, wir haben beim letzten Mal Leon S. Kennedy verfolgt. Jedoch ist er uns entwischt, was uns unsere Arbeitgeber ein bisschen übel nimmt. Danke, Bertha. Ja, wir stehen nun scheinbar auf der Abschlussliste. Jede Menge Hunter wurden freigelassen, zu erledigen. Oh, und ich habe keinen Bock mehr auf das Kapitel, ganz ehrlich. Wenn man hier mit Hunter zugebolzt wird, geschossen, die Hunter hat mir im Moment ehrlich ein bisschen die Lust versaut. Ich bin tot. Ja, nach dem Kapitel ist auf jeden Fall erstmal Schluss für mich, dann werde ich mir eine Pause von dem Spiel. Hm, hoffentlich werden die nächsten Kapitel dann wieder besser. Das Kapitel hat wunderbar angefangen mit ein paar nostalgischen Momenten. Wir haben das RPT gesehen. Dann Leon. Hunterboxen. Ja, Hunterboxen. Hunterboxen. Oder Hunter-Transport-Kapseln. Da, 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 da. Ich bin so, ich bin Bock mit euch zu battlen. Ich bin tot. Du sapperst ganz schön. Brauchst ein Letzchen oder was? Und ja, ich werde dabei bleiben. Ich möchte durch dieses Kapitel nur noch durchkommen. Deswegen werde ich jetzt hier rennen, 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 rennen und rennen. Das muss man ja rauskriegen, wo ich überhaupt hin muss. Da nicht. Irgendwo da drüben. Komm schon, steig über die verdammte Barrikade. Ich muss an der Barrikade vorbei, irgendwie. Kann mich nicht zerstören. Hunter. Ich... Ist der immer nicht schön. Ist der immer nicht schön. Ja. Raccoon City. Wurde hier doch als ziemliche Großstadt dargestellt, muss ich sagen. Wenn man bedenkt, ob das eigentlich eine, ja, Kleinstadt ist mit, was weiß ich, so 100.000 Einwohnern. Oh, hier ist eine ganze Heli runtergekommen, bemerke ich jetzt erst. Leute, ich habe keine Lust gegen Hunter zu kämpfen. Die Gegner nerven. Zwar extrem. Mein Team wird wunderbar von irgendwelchen Explosionen niedergebolzt. Mhm. Ja. Ja. Kamion. So, Leute. Weiter geht's. Ja. Letzter Blick. Komme ich da rüber. Komme ich da rüber. Granate davor. Ah. Könnt ihr das Ding... Nein, ihr könnt es auch nicht einreißen. Einen anderen Weg gibt's nicht. Ja. Leute, ich gönne mir ne Pause. Bis gleich. So, Leute. Weiter geht's. Ich habe mich ein bisschen beruhigt, ein bisschen abgelenkt. Und ich habe einen Plan gefasst. Dieser Plan zieht vor. Ja. Und zwar, je weiter ich hier vorgehe, scheinen die Kapseln runterzukommen. Genau das. Und ich möchte jetzt erst einen Kap... Also, ich möchte euch Hunter für Hunter erledigen. Bevor ich hier weitergehe. Da muss ich jetzt natürlich wieder ein bisschen einflitten. So, komm. Aber jetzt hat's. Komm. Jetzt Maul. Stirb. Ist gescheiter. So, Granate für euch. So muss das. Nicht. Okay, soviel zu meiner grandiosen Idee. Zu meinem Plan. Hat ja wunderbar funktioniert. Was haben wir denn hier? Das heißt, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Hm. Durchrennen klappt ja wirklich nicht. Also, ich denke mal, die Barrikade wird sich wahrscheinlich entriegeln, wenn alle Hunter tot sind. Oder alle Gegner generell. Also, machen wir die Feigling Methode wieder. Versteck mich wieder und schau, dass ich so irgendwas ausrichten kann und es fallen immer mehr Kapseln. Lässt du Krater in Ruhe. Mistvieh. Yes. Einer down. Gut, locken wir den Rest an. Schauen wir, dass wir den auch erledigen. Nachladen. Und... Verdammt. Wir dürfen auf keinen Fall Bertha töten. Sonst habe ich gar keine Chance. Ich brauche Bertha als Heilerin. Definitiv. Komm Bertha, das schaffen wir. Teamwork. Teamwork. Yes. Nummer 2 tot. Mission nachtanken. Toll. Lässt du Krater in Ruhe. Lässt du mich in Ruhe. Ach, Mön. Lass mich doch aufstehen. Wenn man hier einmal hinfällt, dann ist man den Gegnern hilflos ausgeliefert. Yes. Nummer 3 tot. Die Pause hat echt geholfen. Da ist der nächste. Nummer 4 tot. Und schon kommen Spezialeinheiten. Okay. Äh... Moment, mein... Hey, meine Mundreserven sind weg. Scheiße, die können ja sogar aufgebrocht werden. Klasse. Gut, mein Vorpreschen... War also genau die falsche Strategie. Ich wollte einfach nur durchrennen den nächsten Checkpoint erreichen. Das bei der letzten Blicke-Invers... äh... Panthe-Inversion. Die auch funktioniert hat. Na Gott, sich hier zu verstecken ist jetzt auch nicht das Wahre. Ich muss hier... ...mehr froh ins Krampfgebiet. Feierfrei. Das wird nur vor. Danke, Berta. Ach, seh an. Und... Ist das Tor jetzt offen? Das sieht so schlimm wie es auf. Berta! Nein! Boah, ihr miesen Penner. Lasst... Bertha in Ruhe. Ich will hier entdecken. Ja, das ist Tatsache. Das Tor ist auf. Meine Verlade! Ich muss Munition finden! Ah, scheiße! Boah, stirb! Ball um! Irgendwas! Danke. Ich brauch das da. Und jetzt muss ich weg. Verdammt. Ich hab gedacht ich hätte das jetzt grad schon genommen. Hier. Nehmen. Benutzen. 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 Wollt ihr mich verarschen hier? Stand doch grad da... Na gut, passt. Passt. Ich bin geheilt. Dann verteilen wir jetzt wieder ein paar Snacks. haha und so wie wir für den Pferdminz hallo 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 weg 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 ich bin jetzt nicht ernsthaft gestorben ja kaum schafft man mal die Hunter killen eigentlich Soldaten und ich starte natürlich wieder bei den Huntern das war ja so klar gut aber die Taktik steht ich muss sehen ob er das fallen sieht na oh das Zeug fällt wie Wallstein gut Bertha mitkommt wir verschanzen uns wieder lasst ihr die bitte in Ruhe hier haste Munition High Spray verdammt setz maul du Vieh und stirb endlich Scheiße der kommt zu mir rum gut komm kommst du her kommst du her oder oh du kommst wirklich her komm her komm her Muni bitte verdammt hat das hat doch gerade so schon geklappt ein gutes Teamwerk mit Bertha und Nils mussten die Mädels vollbrechen da liegen sie supi und ich trau mich nicht weiter vor Moment den Hunter kann ich so nicht treffen verdammt nachladen gut Nummer 2 down und 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 komm dich noch sehr gut sehr gut sehr gut richtig ab mein Guder Munition Munition bitte verdammt wenn ich jetzt Bertha erreichen könnte 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 die mich heilen aber so der nächste Treffer wird mich töten ach die Spezialeinheiten schießen schon okay das heißt die Hunter sind Rücken schon down ich will nicht ich will nicht heilen ich will nicht die Waffe ich will ich wollte ich will nicht hofft eure Börter rennen da nicht wieder zu weit vor ja danke Börter komm jetzt wieder Teamwork ich waffe ich waffe nicht und lade nach so sehr schön boah jetzt lasst ihr Börter in Ruhe verdammt braucht sie noch der wichtigste meiner ganzen Gruppe das wichtigste Mitglied des ganzen Squads ja hallo darf ich mal wieder angreifen wieso Börter bitte hat keine Munition mehr Munitionsreserve sind alle Börter down ich bin down es gibt noch zwei Hunter da ganz ruhig nur nicht aufregen nee Hunter bitte los danke neuer Versuch aber ich habe definitiv meine Haftgegner die Frucht an dem Spiel grünschubbigen Mist geburten ah einer down verdammt keine Munition mehr Handgranate brüllen wir ich bin fall lieber um um meine Abwechslung ja komm so das war's doch fast schon ja nachladen schnauze und sterben Leute hilft mir mal keine Munition keine Munition mehr so jetzt habe ich wieder Munition und jetzt würde ich nur noch sterben ja nee jetzt haben wir uns gegenseitig umgebracht Double KO ich weiß nicht noch was ich zu kurz dazu sagen soll das nervt einfach nur sie hier halten viel zu viel aus und wenn sie dann einmal zu Boden hauen dann kommt mir nur schwer wieder hoch ich weiß nicht was ich noch dazu sagen soll außer dass das nervt ja mhm Milikrombit zieht auch nicht gegen die Viecher gut er ist tot nicht danke 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 ja 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 verlierst wir nicht jetzt einfach weiter zum Zielpunkt stürmen aber das bringt ja nichts bis die Hunter nicht down sind kommen ja die Soldaten da nicht raus nachladen nachladen verdammt dann Muni her Bertha behackt hier ein komm hilf mir den Maden Zerwing jetzt du Bertha in Ruhe kommt doch an uns jetzt ja ja das glaub ich dir sofort die geht's echt dreckig jetzt halt die Frage wo ist Bertha ja down Bertha könntest du mir bitte ne ok geht ja noch gut es geht dann um die Spezialeinheiten Hunter sind wohl wirklich erledigt ich brauche Deckung ich brauche ne Pause ich will das Kapitel noch fertig machen so viel zu Hunter erledigt tschüss 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 Hallo Deckung danke gut gut so eine Granate nur für euch hallo nachladen hallo nachladen oh jetzt muss er nachladen ich sehe nichts mehr wieso kann man nicht hinter diesen Katzen in Entdeckung gehen wenn sie die Munition auf ihm verballert und er ist einer auf meinen auf mich hier hier noch Muni yes gut und damit ist es aufgebraucht gut 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 das betrug ich am besten Entdeckung ja ich bin wieder soweit und ließen würde ich warten bis meine Mädels das hier erledigt haben so meine Fresse wovon wo kommen jetzt mal bitte keine Kugeln ah dann verblutet doch mir ist auch scheißegal ich will es zum Ziel warte Löffel gebracht das Spiel wickelt mich wieder zu nerven geh du Entdeckung lass die verdammte Rübe unten Rübe unten Rübe unten Wörter rübe unten 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 Was ist denn hier eigentlich? Ja. Von hier kamen wir her, oder? Ja. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Außer, dass ich keine Lust mehr hab. Ja. Aber ich trau's dem Spiel zu, wenn ich jetzt nicht abbreche. Darf ich die ganze Mission dann von vorne machen. Fürs RPD und so, das war ganz nett. Aber dann dieser Hunter Overkill. Und dann die Stelle hier wieder. Nö. Ich zieh das hier jetzt durch. Jetzt. Dann hört er mich halt mal richtig fluchen. Jetzt konnte ich mich ja einigermaßen beherrschen, aber... Ich glaube, so langsam ist hier auch mal wieder das Pappensteich erreicht, bei mir. Ich möchte nur noch diesen verdammten Brüllaffen hier die Schuppen einzeln von... Ah, vom Körperreifen. Und ihn damit einen Einlauf erpassen. Hier, friss Blei! Ne, 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 ne. Ich werd schon wieder... Ich bin zu gereizt, jetzt hat. Ich muss wieder hier hin. Brüll dich! Stirb lieber! Ja, ich hab keine Lust mehr. Okay, ich weiß, ich hab grad noch was ganz anderes gesagt, aber... Ne, Melanx, schnauze voll. Ich brauch ne Pause vor dem Spiel. Ich muss dazu auch sagen, ich hab... Ja... Die Nemesis-Mission... Also von der Nemesis-Mission bis hierhin jetzt am Stück aufgenommen. Und... Ne. Ne, Melanx. Ich brauch ne Pause. Erstmal nehmen wir noch kurz nen Blick in die Galerie. Ja, das ist das Zeug, was ich bisher so freigeschaltet hab. Das sieht doch mal nett aus. So, die Stadthalle. Der Glockenturm. Ja. Ah, Leute. Ich bin erstmal raus. Wir sind jetzt im nächsten Part. An dieser Stelle wieder, wo ich so grad hin. Und dann geht's hoffentlich mal besser voran. Ciao.